Oh fuck, da ist noch ein Großjahrgras. Kann ich den töten? Komm her! Jetzt hab ich halt ein Kraut eingesammelt. Anjanath-Material. Hier auch. Großjahrgras-Material. Fußspuren. Honig! Vier Megatränke. Nehmen wir mit. Jetzt hab ich schon bald eine neue Stufe für den Großjahrgras. Oh. Was ist das? Hier war was. Wassermoos. Das ist ja interessant. Wir sollten allen in der Ressourcenzentrale davon berichten, wenn wir zurück sind. Ja gut. Machen wir. Machen wir. Sind das Jahrgras? Yes. Hey, hey, hey! Komm hier, gehen wir mal in den Dämonen-Modus. Oh fuck, 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 fuck. Ne, Dämonen-Modus ist fertig. Okay. Okay, er geht weg. Okay. 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 Ich will gegen den jetzt ehrlich gesagt nicht kämpfen. Da glänzt nochmal was. Muss ich da nach oben gehen? Wirklich. Du kannst jetzt wieder essen. Ja. Okay. Anjanat-Fußspuren. Alte Fußspuren. Wir folgen einfach mal den Käfern. Äh. Was? Dieser Geruch. Wie der eines Verlinen, aber etwas anders. Ja, was ist ein Verline? Ich habe keine Ahnung. Ich bin unwissend. Untersuchung hinzugefügt. Okay. Hey! Wir sammeln jetzt einfach alle Punkte ein, die wir haben. Auch wenn da nicht steht, was es ist. Feuernuss. Brennbares Pulver. Steigert in Kombination mit Stufe 1 Munition, deren Stufe. Äh. Wir machen aber alles mit. Hier drüben! Bin ich schon da? Ja, das ging schnell. Was haben wir denn hier? Ein Rotkern. Schleudermunition. Kann ich die Schleudermunition auch ändern? Was ist das? Greift er mich, greift mich das jetzt an? Komm, wir schießen einfach, bis er tot ist. Komm schon! Komm schon! Krass! Wie binde ich mich los? Ah, mach ich automatisch. Okay. Jetzt bin ich aber am Kollegen vorbei. Oh, Blitzkäfer. Das ist ja Käfer sammeln, oder? Yes! Ich hab da gerade ein Schwein gesehen. Ich will dich auf dem Grill haben. Ich will dich auf dem Grill haben. Aber ist okay. So, der Anführer, der müsste nicht hier sein. Wie komme ich denn jetzt zu ihm? Hier runter? Ah, ist er da unten? Hier drüben! Ist das bescheuert? Dann bin ich wieder weiter weg von ihm. Oh, no! Ah, das macht mir kein Damage. Ja, dafür darf ich jetzt kämpfen. Dann kämpfen wir halt. Let's go! Hey, Avarik, du musst mir helfen. Du musst auch kämpfen. Komm schon! Bam! Dieser Dämon-Mode ist ja richtig geil. Vor allem mache ich damit viel mehr Damages mit diesem scheiß Katana. Dämon-Mode, habe ich die Auslaut schon wieder voller aufgeladen, oder was? Ah, nee, jetzt bin ich wieder im Dämon-Modus. Wuhu! Fuck me! Puh, das ging schnell. Das war einfach. Das war sehr, sehr einfach. Und es war geil. Diese Klingen sind ja mal der Hammer. Oh, hier, Knochen. Müssen wir auch, äh, plündern. Zwölf, elf Stück müssen wir noch erforschen. Ich weiß halt immer noch nicht, was das, ähm, unter der Schärfe, was das ist. Was das bedeutet. Nochmal Fußspuren. Ich glaube, ich laufe in die... Ah, was ist denn hier? Eine Streunuss. Du kannst die Streunuss als Schleudermunition verwenden und damit Monster überraschen. Was ist das? Hier drüben. Was ist das? Ah, shit! Ah, okay. Jetzt habe ich keins mehr. Ist ein bisschen doof, ne? Ja, aber wie... Komme ich denn jetzt zu dem Kollegen da? Hier? Das sieht mir nach einem Hinweis aus. Hier ist auch kein Anjanat. Der passt hier nämlich nicht durch. Das ist doch... schon mal was Positives. Oh! Und wie kann ich da loslassen? Woaah! Tarzan! Oh, scheiße! Ich will immer eigentlich rennen, statt das Zeugs zu benutzen. Was ist das? Cooler Kulujaku. Und tschüss. Nun, wenn wir diesen Störenfried nicht loswerden, hält das Lager keine Nacht lang. Ah, ja. Ja. Dann müssen wir den töten, ne? Deine Spähkäfer können dich zu Monstern, Grimalkinen und sammelbaren Objekten führen. Drücke diese Taste, ich weiß gar nicht wie die heißt, Touchpad, glaube ich, ne? Um die Gebietskarte zu öffnen. Wähle dann mit dem Cursor das gewünschte Ziel aus und drücke R3, um es zu markieren. Ja, das habe ich ja schon geschafft. Auf Expedition wird die Leitfunktion einer Spähkäfer nicht einfach durch das Sammeln von Monsterspuren aktiviert. Benutze dazu Kartenmarkierungen. Eine neue Aufgabe ist verfügbar. Bandit mit Vogelhirn. Wir müssen den Kulujaku jagen. Du kannst das sofort machen oder zur Basis gehen und die Quest später abschließen. Um eine Expedition zur Basis zurückzukehren, öffne die Weltkarte in der Gebietskarte und wähle Astera aus. Weltkarte, so. Aber ich will jetzt da nicht hin, ne? Ich will jetzt für diesen Kulujaku oder wie er heißt. Ist da der Anjanat? Oder was ist das? Ne, da ist der... Kulujaku. Ja gut. Ah. Komme ich hier hoch? Nope. Ah, hier ist der Durchgang. Für die kleinen Menschen. So, also meine lieben Käferchen. Bringt mich zu diesem Kulujaku. Das klingt ja auch schon fast wie... Akuyaku. Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Alter, was ist los mit dir? Weg mit dir. So, und du läufst jetzt nicht weg. Nee! Kollege? Fuck, das Teil ist immer noch hier. Kann ich... Soll ich den bekämpfen? Soll ich den jetzt einfach probieren? Wo hast du sie noch alle? Was los mit dir, Kollege? Ein Kampf. Will der mich oder was? Ach, du Scheiße. Der hat Bock auf mich. Das ist nicht gut. Nein! Oh ne, Avaik. Wo bist du? Avaik? Ah, hier. Ich will doch nur den Kulujaku töten. Ach, weißt du was? Anjanat wird den Ort bald verlassen. Vielleicht tötet ihn jetzt. Ist mir scheißegal. Ich hab, glaub ich, alles daneben gehauen. Ich treff ihn gar nicht. Junge! Junge! Das hat wehgetan. Komm schon! Komm schon! Autsch! Lass mich ganz... Oh! Ist Avaik tot? Für mich ist alles vorbei, mir aus da. Tut mir leid. Äh. So. Ah, da bist du ja wieder. So, jetzt können wir wieder runter. Kurze Klingen schärfen. Da vorne ist der Anjanat, oder? Komm, wir töten den jetzt. Dann nehmen wir noch die Fußspuren mit. Muss auch sein. Jetzt geht er! Ja, ich... Ich wollte ihn doch töten! Ich... Ich wollte ihn auch töten. Ich...